Willkommen zurück in The Crust, meine lieben Freunde. Wir haben es beim letzten Mal geschafft und ich habe es ehrlich gesagt nicht erwartet bei all den Countdowns hier, dass wir hier die Leute retten können, aber wir haben es hinbekommen, weil das Spiel da zum Glück dann doch ein bisschen gnädiger war, als ich es ursprünglich für möglich gehalten hatte. So, der Kerl hier ist jetzt gerade eben da, wie ihr seht. Der hat jetzt hier die Materialien eingesammelt, das ist total toll. Die holen wir jetzt also schön zurück und wir warten jetzt darauf, dass jetzt hier all der Kram, wie zum Beispiel jetzt hier dieser Tisch gebaut wird. Können die Leute endlich anfangen zu essen? Dann sterben sie nicht mehr vor Hunger. So, Esstisch ist also online. Jetzt bin ich gespannt. Ah, die bringen jetzt hier glaube ich Schlacke, oder? Ja, die bringen jetzt hier teilweise immer wieder Schlacke jetzt hier rein. Jetzt bin ich gespannt, ob die irgendwann mal anfangen zu essen. Es hat ja geheißen, dass es natürlich noch zu Bugs jetzt hier kommen kann, ne? Ich hoffe einfach mal, dass das jetzt hier nicht bedeutet, dass die jetzt hier sterben. Ein großes Sofa. Gott, das kann ich nicht mal bauen. Breiter Stuhl, ein Lounge-Sessel. Das gibt es hier alles noch. Also hier gibt es schon mal eine Menge Zeug, das ich noch gar nicht bauen kann. Kreisförmiges Sofa. Irgendwann eine andere Art von Couch. Äh, ich will nur überlegen, ob ich einfach hier nochmal eine Couch jetzt hier hin mache. Ein Kaffeetisch. Man könnte hier nochmal sowas wie ein Sofa hin machen. Ich mache hier nochmal ein Sofa hin, ne? Die Mats haben wir. Hauptsache, die Leute haben jetzt hier gleich irgendetwas zu tun. Aber wir sollen ja schließlich auch ein Labor bauen, ne? Das heißt also, ich muss irgendwie jetzt hier meine Raumgestaltung verweitern. Ähm, ja, ich ahne, wie gesagt, also ich will auf jeden Fall jetzt hier diese Räumlichkeiten in diese Richtung noch erweitern. Und dann brauchen wir auf jeden Fall nochmal eine Türe. Und ich möchte diese Türe da hinsetzen. Das kostet uns nur Materialien, die wir haben. Auch 162 Eisen wird das kosten. Ei, 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 ei. Aber sie sollen jetzt mal damit anfangen, denn wie gesagt, irgendwo müssen die Laboratorien ja rein. Und hier können wir sie nicht hin machen. So, jetzt hoffe ich mal bloß, dass sie jetzt hier nicht das hier deaktivieren, sondern dass sie wirklich jetzt erstmal das hier bauen. Ah, okay, sie bauen das jetzt wirklich erstmal sehr, sehr gut, bevor sie nämlich jetzt hier anfangen, hier den Strom auszuschalten. Das wäre nämlich jetzt nicht so cool gewesen. Irgendwas passiert? Okay, Graka SA meint. Entschuldigung, ich höre mal auf mit diesem Pseudo-Lateinamerikanischen, was ich nicht kann. Dieses Forschungszentrum war unser gemeinsames Projekt zur Entwicklung neuer Arten von außerirdischen Nutzpflanzen. Nach der Katastrophe wurde ein Teil des Personals evakuiert und unsere geschätzten Partner beschlossen, diese Situation auszunutzen, um sich die Einrichtung anzueignen. Ist das so? Wie wäre es, wenn ihr das mit einem Anwalt klärt? Okay, was können wir tun? Okay, also ich kann es den Landwirten geben, gibt die Materialien an die Konstruktionskonzerne weiter, besorge dir selbst Forschungsmaterialien oder reaktiviere die Einrichtung. Ich brauche dann einen Botaniker. Ich glaube, ich reaktiviere die Einrichtung. Ja, also schicke einen Botanik-Spezialisten zum Forschungszentrum. Wie mache ich das jetzt? Moment, 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 Sekunde. Also der ist jetzt hier gerade immer noch im Weg. Was kann ich jetzt hier machen? Expedition einrichten, Transport wählen, Prachtwagen. Äh, okay, ich habe das noch nicht, also das können wir wohl später erst machen. Dann schicke ich dich nochmal da drüben hin. Wobei, du bist eigentlich gerade näher an dem hier drin. Also, Rover-Scoutie, scoute mal da runter. Ich muss ja jetzt hier erstmal die wissenschaftlichen Sachen überhaupt erstmal einrichten. Und dann bekomme ich hoffentlich irgendwann mal einen Botanischen Spezi. Oh, ich waste the science points. Ja, die grünen, die waste ich gerade eben. Belüftung, das Lüftungssystem kombiniert die... Ah, das ist das, was wir, was vorhin geheißen hat, was wir brauchen. Sonst können wir die anderen Räume hier gar nicht, äh, versorgen. Also, schnell die Belüftung jetzt mal erforschen, Freunde. Die brauchen wir auch ganz dringend. Ich hätte auch übrigens ganz, ganz gerne irgendwann mal ein Upgrade für meine Batterien, ne. Aber ich glaube, das kann ich gerade eben noch ein bisschen vergessen. Schmelzofen-Upgrade, Large Storage. Das kostet alles noch sehr, sehr viel. Machen wir die Belüftung nochmal nach oben. Die kommt mir dann doch sehr, sehr wichtig gerade eben vor. Fundamental. Ja, das Strommast-Upgrade klingt witzig. Kraftstofffabrik, Lift für Convoyer-Belts, Transportdrohne. Ermöglichen Zugang zu speziellen Drohnen-Konfigurationen, die für den Transport großer Mengen an Fracht und den Abbau von Regolith entwickelt wurde. Das ist alles noch weit weg. Sagen wir, wie es ist. Das ist alles noch sehr, sehr weit weg. Jetzt arbeitet er euch erstmal da hinten. Der Witz ist, ich kann hier jetzt sogar wirklich noch um die Ecke die Anlage rummachen, ne. Research complete. Raffinerie für seltene Mineralien sind nun möglich. Oder ist nun möglich. Was ist denn das für ein Ding? Für seltene Materialien hier. Es kommt Mouse-Over. Hallo, Mouse-Over. Ja, der macht genau das, was ich mir gedacht habe. Der macht genau das, was ich will. Ähm, wo baue ich den denn hin? Ich würde fast sagen, im Idealfall irgendwo hier hin. Gibt es eigentlich irgendwann auch mal noch irgendwelche Quellen dafür? Noch haben wir ja keine gefunden. Ich waste the Science Points. Ja, warte mal, was kostet das Ding eigentlich zu bauen? Äh. Egal, ich mache es trotzdem. Es ist teuer, aber ich mache es trotzdem. Also, ich waste the Science Points. Ja, die Ingenieurspunkte sind jetzt hier wieder mal flöten. Eine Multiregulit-Raffinerie. Smarte concrete. Großer Storage. Schmelzofen-Upgrade. Oh! Ja, doch, das brauchen wir. Wir brauchen irgendwann mal die Micro-Circuits. Also die Mikro-Chips. Die Mikro-Chip-Fabrik brauchen wir irgendwann. Ich glaube, darauf können wir uns einigen, dass wir die brauchen. Tja, wir sind jetzt gerade eben wieder in der Nacht angekommen. Ich komme zu dem Schluss, dass ich noch mehr Strom einlagern muss. Ich würde ganz, ganz gerne wissen, was ich eigentlich forschen muss für die große Batterie. Weil im Großen und Ganzen... Entschuldigung. Die Matz habe ich dafür ja schon. Es tut mir sehr leid, dass ich husten muss. Okay, das Ding hier wird auch jetzt hier sehr, sehr schnell hochgezogen. Das heißt also, wir bekommen jetzt auch diese anderen besonderen Matz und die kleinen Roboter werden jetzt hier hergehen und das Zeug für mich jetzt hier alles einsammeln. Obwohl wir gerade eben dabei sind, wir können auch noch mal hier ein bisschen durch die Gegend scannen. Ich scanne mal noch mal in die Richtung. Da ist nichts. Ich mache jetzt hier mal ein bisschen gezielter, ne? So. Hier ist nichts. So. Da ist auch noch mal ein Eisen. Da ist auch noch mal ein Eisen. Interessant. Ich gehe auf Nummer sicher einfach gerade eben, ne? Alles jetzt hier noch mal so ein bisschen abchecken. Wir scannen dann auch noch mal in die Richtung. Nichts. Nähere Umgebung einfach mal. Da ist ja noch mal Wasser. So, ich bin beim ersten Mal anscheinend nur knapp so viel. Da ist auch noch mal ein Eisen. Also Eisen gibt es hier wirklich viel. Da ist noch mal Aluminium. Da ist leider nichts. Da scheint auch nichts zu sein. Da ist nämlich die letzte Energie noch in diese Richtung. Ne, okay. Also wir wissen jetzt immerhin, wo das da was ist und an anderen Orten nicht. So, wir verbinden jetzt den Kerl hier mit dem hier. Und dann kann der jetzt hier loslegen. Versorgt ist er ja schon. Also wir sehen auch, er produziert auch Schlacke. Das... Die wichtige, wichtige Schlacke. Oh, und ich brauche auch eine Fabrik, die mir... Genau, die Parts-Dinger hier. Wir brauchen jetzt hier die Produktion der Parts. Das werden wir jetzt mal hier hinsetzen. So. Das Problem ist bloß, wir werden dadurch immer mehr Strom jetzt verbrauchen. Also sorge ich mal dafür, dass wir noch mehr... Ähm... Einfache Batterien haben. Ich kann da nicht bauen, wie gemein. Aber hier kann ich bauen. Ey, ohne Witz, ich mach das jetzt so, ne? Das ist jetzt hier mein Way to go. Drähte. Zack, 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 zack. Und zack. Und schon legen sie los. Weil ich will, dass diese Dinger hier jetzt all das hier füllen und dass ich jetzt halt endlich keinen Strom... Warum ist der Strom weg, komplett? Hä? Warum ist der Strom auf einmal komplett weg? Ähm... Wisst ihr, was ist komisch? Die essen nicht mal was. Ähm... Warum essen die nix? Ich mein, wir haben doch Essen. Bett, Gedöns, medizinisches, bla. Warum haben wir auf einmal keinen Strom? Das wirkt nämlich auf mich gerade eben fast so, als ob der Strom einfach... ...instant weg gewesen wäre. Da war doch noch genügend Strom da. Ja, es könnte sein, dass es ein Bug ist. Ich hoffe jetzt mal bloß, dass wir da durch jetzt hier nicht drauf gehen. Das ist nämlich gerade super uncool. Also ich meine, sie ersticken nicht und so. Sie scheinen auch nicht zu erfrieren. Ah, hier bauen... Also sie machen schon teilweise Sachen. Aber warum wird das hier nicht benutzt, dieser Esstisch? Warum essen sie nicht? Also man sieht, sie verlieren schon Lebenspunkte, ne? Das heißt also, irgendetwas fehlt ihnen noch. Ein Ort, in dem ein erfahrener Koch-Essen aus Biomaterialien in Wasser zu bereiten kann. Ein Stuhlmiterin... Kleiner Esstisch, kleines Sofa... Esstisch für Mahlzeiten und Freizeit und Platz für acht Personen. Nur Innenräume. Ist ja da. Ich höre mal die Priorität. Vielleicht ändert sich dadurch was. Ich habe das Gefühl, dass das noch ein bisschen buggy ist, wenn ihr mich fragt. Also das ist auf jeden Fall noch ein bisschen buggy. Auch die Sache mit dem Strom ist gerade eben noch äußerst bedenklich. Ich weiß halt echt nicht, was ich machen soll. Ich reiß das Ding hier nochmal ab. Ich baue es nochmal neu. Vielleicht darf es ja nicht an der Wand sein. Wer weiß. Vielleicht sind das ja die primären Stühle oder so. Was in der Art. Wir können auch einfach zwei kleine Esstische machen. Komm, ich mache das jetzt mal wirklich so. Ich mache jetzt hier so ein Teil hier hin. So hin. So hin. Und so hin. Und ich sage, ihr habt jetzt hier auf jeden Fall die höchste Priorität, Freunde. Dass ihr jetzt hier so schnell wie möglich gebaut wird. So, also das Ding ist jetzt hier weg. Jetzt seht zu, dass ihr den jetzt hier... Also ich habe... Ich will halt ausprobieren, ob sie es jetzt so benutzen. Man weiß es ja nicht. So, genau. Liefert, liefert, liefert. Okay, wir haben wieder Strom. Meine Fresse, das war uncool. Dass der Strom plötzlich weg war. Ich bin jetzt der Meinung, dass wir nochmal einen weiteren Medium-Panel dahin haben wollen. Die können wir ohne Probleme dahin machen. Also noch viel Strom, aber wir haben jetzt wieder Strom. Kleinen blöden Rover werden deswegen jetzt hier auch gleich alle ausfallen. Fun Fact, ich habe keinen intelligenten Beton mehr. Okay, der intelligente Beton ist weg. Weil ich den hier komplett jetzt hier schon verbraten habe. Ja, das ist jetzt alles so mittelgeil. Ich habe eine Idee. Wir müssen handeln. Wir werden jetzt erstmal verkaufen. Und zwar... Und zwar... Viel haben wir natürlich wie immer vom Silizium. Wir haben viel von denen jetzt hier. Also das Aluminium ist richtig was wert. Ich gehe mir rund auf 30. Von euch brauche ich auch nicht so viel. 42.000 Ocken bekomme ich dafür. Das ist heftig. Das habe ich nicht erwartet. Okay, ja. 42.000. Geil. Und jetzt kaufe ich aber nochmal ganz, ganz kurz. Und zwar... Ohne Witz, ich brauche Beton. Ich brauche schon wieder Beton. Ich brauche 40 Beton. Komponenten... Aber im modularen Rahmen brauche ich glaube ich nicht. Also gut, ja. Ich kaufe den Scheiß hier einfach. So. Landen. Weil sonst kriege ich das ja alles nicht gebaut. So, Freunde. Jetzt holt das Zeug da raus. Ja, das Dumme ist bloß, dass sie jetzt als allererstes das hier machen. Warum bist du im Leerlauf und gehst nicht da drauf? Ach, weil der zuerst da jetzt drauf geht. Interessant. Und jetzt? Okay. The WES-45H station is located in a deep crater. The walls and bottom of which are covered with a thick layer of ice. Due to the slight tilt of the moon's axis, some areas always remain shaded, allowing ice to accumulate despite temperature fluctuations. Okay, wir nehmen den Anruf entgegen. Direktor, hörst du mich? Hier spricht der Disponent der Station WES-45H. Unser Abbau und Filteranlagen sind ausgefallen und uns fehlen die Ersatzteile sowie die Arbeitskräfte, um die Reparaturen durchzuführen. Hilfe uns, die Anlagen zu reparieren, um die Wasserversorgung der nächsten Außenposten wieder aufzunehmen. Das Leben um die Gesundheit der Menschen hängen davon ab. Und was kann ich tun? Also ich kann leider keinen Ingenieursspezialisten schicken gerade eben, aber vielleicht kann ich es ja doch. Ich schicke einen Spezialisten. Oder Drohnen? Also wir haben einen einzigen, der das anscheinend machen kann. Ja, jetzt werden halt erstmal die Lieferungen wohl durchgeführt. So, also das hier erfordert... Oh Gott, das kann ich ja überhaupt nicht liefern. Heiliges Kanonenrohr. Äh, zumindest noch kann ich es nicht liefern. Ähm, warum kommst du nicht nach Hause? Ich brauche dich schon längst. Ich habe vergessen, den Button zu drücken, ne? Ja, schon klar. Ähm... Das wird jetzt eine Weile dauern. Ah, jetzt machen sie dann doch langsam aber sicher hier mal ein paar Nägel mit Köpfen. Endlich. Und trotzdem will da keiner essen. Ich glaube langsam aber sicher, dass, äh, wir an diesem Bug scheitern könnten. Dass die hier einfach nicht anfangen zu essen. Also wir sehen, na, wir haben jetzt hier einige organische Stoffe und so weiter und so fort. Aber wir haben immer noch keine organischen Stoffe, die jetzt hier hingebracht werden. Ich höre mal die Wichtigkeit von dem Ding hier. Hier arbeitet gerade eben mal wieder keiner. Roboterwartung. Ich kann dir auch nicht sagen, dass du was essen sollst, oder? Ne, ich kann denen halt leider gar nichts sagen, den Leuten, ne? Also das, das müssen die wirklich selbst machen. Und das machen die anscheinend noch nicht. Ah, hier würden jetzt welche arbeiten. Interessant, sobald sie Strom haben. Good to know. Also ab jetzt bekommen wir wohl auch, wenn wir Glück haben, Komponenten. Wenn wir Glück haben, wohlgemerkt. So, die nächste Research war complete. Strom must upgrade. Ah, das ist automatisch passiert. Deswegen kann ich da jetzt mehr ran machen. Das ist gut zu wissen. Ich würde es jetzt echt cool finden, wenn ihr jetzt hier mal das jetzt hier mal kurz mal vorziehen würdet, Freunde. Na, ich will diesen blöden Strom jetzt hier noch schnell haben. Bitte macht das jetzt hier mal schnell. Bevor ich jetzt hier noch bekloppt werde. Ah, die müssen auch teilweise sogar repariert werden. Interessant, okay. Also, mehr Strom. Jetzt werden die hier noch mehr gefüllt. Und ihr füllt jetzt den Kollegen jetzt hier voll. Und dann bekomme ich meine Kohle und gehe nicht pleite. Das Problem ist bloß, oh. Wir haben ja einen höheren Wasserverbrauch, als wir einen Influx in Wasser haben. Das sollte mir vielleicht zu denken geben. Wobei ich ehrlich gesagt mich gerade eben frage, warum. Also, die letzten zwei. Zack, zack. Und jetzt hebt das Ding hoffentlich ab. Jawohl. Fragment von Hope. The unidentified object turns out to be a module from the orbital station. The area around it is literally with thousands of small fragments and the module itself is bent and twisted. Approaching closer and inspecting the debris, the cargo trucks, cameras, notice a partially faded inscription. Hope 2 RM5. Before the fall, this was a research module on the Hope 2 station. Apparently, the station sustained in serious damage that its external module detached from the main structure. It's possible to send a cargo truck with a drone for detailed examination of the module. Okay, das können wir also auch machen. Ja, dann schicke ich ihn nochmal jetzt darüber. Ich schicke ihn jetzt wirklich einmal hier um den, ja nicht um den Globus, aber so beinahe zumindest. Okay, wir haben die Kohle bekommen. Yes, wir sind nicht mehr arm. Trotzdem sind wir bald wahrscheinlich sehr, sehr tot. Ah, sie machen endlich Nahrung. Ich sehe, dass da mal was passiert. Okay, haben die gegessen? Ich habe das Gefühl, die haben sie zumindest teilweise gegessen. Bin mir gerade eben nicht ganz sicher, ob sie gegessen haben. Also, du hast eindeutig gegessen. Du wahrscheinlich auch. Nur sie ist nicht. Ich sage es mal so, du bist auch irgendwann mal selbst schuld. Vielleicht muss ich ihr dann doch ein paar solche Jobs erlauben. Tatsache! Oh mein Gott! Hä? Nee, doch nicht. Doch! Ach, du ahnst es nicht. Ey, ich muss denen erlauben, dass sie sie für sich selber kochen dürfen. Oder? Ich gehe jetzt mal auf Nummer sicher, ne? Leute, wo seid ihr denn alle? Eins, zwei, drei. Einige von euch pennen auch. Also, ich erlaube jetzt mal. Oder, dass halt einfach der Koch Zeit haben muss. Das kann natürlich auch sein. Okay. Äh, ich kann jetzt hier die Cargo unloaden. Wie fährst du jetzt dafür da hin? Da bekommen wir jetzt hier wieder gleich eine ganze Menge Matze geliefert. Ja, mir fehlt jetzt halt hier jede Menge Stahl und so weiter. Also, die Stromsituation finde ich immer noch sehr, sehr schwierig. Also, wir haben jetzt inzwischen die Möglichkeit, wie ihr sehen könnt, jetzt hier 190 Strom auszugeben. Trotzdem schaffen wir es nicht alles. Maximaler Verbrauch 255. So, der ist jetzt hier. Hat alles ausgelagert. So. Also, ja, der ist leer. Okay, also Basis wieder verlassen. Wir haben jetzt eine Menge Zeug. Auch seltene Erdelemente. Ja, hier auf diesem Haufen sind die jetzt hier. Ach, das. Oh mein Gott, Leute. Das wurde nie ausgeladen. Deswegen haben die nichts gegessen. Ich dachte, der wird von alleine ausgeladen. So wie die Landing Drops. Nein. Deswegen. Die haben erst jetzt was essen können. Weil jetzt zum ersten Mal was zum Essen gemacht wurde. Es hat also nichts damit zu tun, wer den Kochskill hat. Es hat alleine was damit zu tun, dass hier einfach wirklich nichts zum Essen da war. Eieieiei. Okay, das muss man aber auch wissen, ey. Ohne Witz. Okay, jetzt wissen wir es, Freunde. Jetzt wissen wir es. So, jetzt seht mal zu, dass ihr jetzt hier endlich mal die Wissenschaftsstation baut. Okay. Also. Wir kommen so langsam aber sicher hinter die Geheimnisse dieses Spiels. Sage ich jetzt mal ganz keck, ne? Es hat da so ein paar kleine Fallstricke. Man muss halt wissen, wann man was ausladen muss und wann halt auch nicht. Danke für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Beim nächsten Mal lernen wir weiter. Macht's gut. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.